hey leute ich bin es wieder euer mike n hier mal ein kleiner ausschnitt von meinem kleinen schrank da oben habe ich noch jungle strike fürs easiness die psp black die psp lila eine ps2 die wäre abzugeben ich habe die noch zweimal dann mein nightmare creatures 2 im top zustand cd anleitung alles top pretendophil dann gags toy story 2 meine geliebten advance wars spiele 300 das exklusiv für die psp erschien die megadrive collection wobei ich aber die sega megadrive ultimate collection bevorzuge frontschweine lose cd ist noch gut ist sehr gut das wäre auch abzugeben also meldet euch falls jemand interesse an frontschwein hat für die playstation 1 ist die best of infograms episode oder ausgabe ja ich tausche oder ich würde es auch verkaufen für macht mir macht mir ein vorschlag ist lose wie gesagt und ja hier haben wir eine kuriosität die god of war zwei demo die lag mal bei einer opm 2 dabei für die playstation 2 also das offizielle magazin und mein morrowind so weiter geht's und hier meine meine konsolen angefangen bei der xbox one die xbox classic die 360 steht hier jetzt nicht weil die habe ich die habe ich meinem retro neffen gegeben ja hier dann die playstation 1 die habe ich auch mehrmals die wäre auch abzugeben playstation 2 slim meine gechippte ps2 im top zustand für import spieler versteht sich meine ps3 mit aufkleber das habe ich abgedeckt weil youtube ne und der laden comeback den kann ich nur empfehlen der ist in mannheim das ist ein an und verkauf und die haben auch sehr seltene spieler schaut da mal vorbei ist wirklich ein sehr cooler laden und hier haben wir meine wii auch mit aufkleber und meine wii u ja das waren meine konsolen wo ich derzeit noch besitze die ps4 die habe ich leider nicht mehr die hatte ich fünf mal aber ich bin mit der konsole einfach nicht warm geworden deswegen habe ich sie wieder verkauft ich würde mir nur wieder eine holen wegen uncharted 4 aber das war es dann auch schon ja das war mein video zu den konsolen und 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 ja und ja das wars tschau tschau! ja dieses war es tschau 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 tschau! und